hallo und herzlich willkommen hier auf myquaser tv ich bin der bio und spiel zusammen mit dem und zusammen spielen wir live ist für die wir sind jetzt dabei hier ein bisschen noch mal uns auszupowern wir sind noch gar nicht so wir hatten in der letzten folge mal erzählt dass wir gar nicht wissen wie weit wir hier spielen und müssen ganz ehrlich sagen wir wissen es immer noch nicht weil kommen wir auch wieder mal sachen dazu dass dann wieder oder wieder sagt okay ja jetzt hat man wieder was weiter zu spielen weil jetzt etwas neues da ist aber es dauert halt wirklich alles sehr sehr lang und da merkt man dann wirklich dass das eigentlich ein spiel ist was eigentlich eher so für internet gedacht ist ich behaupte auch einfach dass dieses your own eigentlich nur der vorläufer beziehungsweise die testversion wirklich von dem mmo später ist behauptet dass die hier nur erstmal alle sachen testen weil allein schon dieses jetzt vom letzten update dieses judgment hour was dazu gebracht haben das ist ja auch eigentlich mehr im multiplayer sinnvoll also im mmo sinnvoll wirklich und behauptet dass das ja eigentlich eher dafür gedacht ist so ok haben schon zu viel heute noch da liegt ja noch softwood drin softwood lag da drin ist doch gut wie konnte man das noch mal teilen so bei beim farming bin ich jetzt bei 79,15 ok ok ich kann dir jetzt sagen die standard taste für posten talk ist die steuerung hast du also drückst müssten deine symbole wieder kommen die steuerung hast du recht also vermeidet die tasse zu drücken so ich habe jetzt erst mal genug brennholz glaube ich reingelegt ins lagerfeuer wenn du brauchst du noch was ich kümmere mich schon drum ich bin schon alles ich habe ich habe ich habe zwei hartholz blöcke gerade ich habe bereits mal ein bisschen also du könntest du ja du kannst du sie haben übrigens auch die animation des feuers geändert naja ok dann haben wir auf jeden fall wieder ein bisschen nach oben gewirkt man muss wirklich sagen dass die updates hier für live ist für die schon relativ arm sind und kommen recht langsam ja es kommen recht irgendwelche aber sie bringen auch oftmals nicht so klar es hätten schon kämpfeier angelegt ich bin dabei muss ja erstmal alles zusammensuchen hier branch ich komme auch über eine branch ist ja ja er kann rennen an�� aber um emанием ich komme zu soo i i die ihn n fix da ist es cosmiker impover wegenрон Claro gewzeniu so irgendwo ago gewinnen au I ver나 fragte es so Brennholz. Ja, muss man mal wachsen jetzt, ja. Brennholzversorgung. So, bitteschön. Juppie! Sollte ein bisschen hoffentlich reichen. Ich weiß jetzt nicht genau wie lange. Die Animation ist anders. Die ist nicht mehr ganz so hoch, nicht mehr ganz so hell. Nicht mal so hell, ja. Ja, schade eigentlich. Vorher war's heller. Aber es gibt ja auch Laternen, die man aufstellen kann. Das fehlt mir grad so ein bisschen bei Medivire Engineers. Da sind die Fackeln irgendwie ein bisschen zu schwach, finde ich. Das wird nachts so dunkel, das Spiel. Es sind aber auch Fackeln. Du musst überlegen. Es ist nur ne ganz... Es ist kein LED-Scheinwerfer, ne? So. Super. Jetzt hat er mich rausgeschmissen. Wo hat er dich rausgeschmissen auf dem Spiel? So, wir sind jetzt ruhig. Gegenrad hat mich das Spiel rausgeschmissen, weil ich zu oft die Taste Shift gedrückt hab und so... Na, die Taste Shift hast ne Einrastfunktion nach fünfmal drücken. So, und da ist mir dann natürlich prompt wirklich alles abgeschmiert, weil dann halt das Spiel ausgegangen ist, hat sich dann Fraps aufgegangen und dann mit Fraps hat dann alles blockiert und... Traumhaft. Aber, es gab auch noch was Gutes. Eben, gerade kam noch der Admin vom TS-Server hier gerade rein und... Ja. Hat uns dann natürlich voll getextet. Gott sei Dank. Hat das jetzt wenigstens Gott sei Dank nicht mitbekommen. Richtig. Weil dann hätte man nämlich da so oder so die Aufnahmen beenden müssen jetzt hier gerade. Aber wir schneiden's jetzt alles zusammen und dann passt das und machen wir wieder eine 15-Minuten-Folge draus. Wie immer halt hier bei uns, unser Standard hier auf MacroHazerTV. Immer wieder betont, immer wieder betont. So. Okay, also es läuft. Ich bin jetzt wieder hier. Oh, da bist du ja auch gut. Hast du dich erschrocken? Das ist doch kein Horrorspiel hier. Nein. Noch nicht. Noch nicht. Sehr schön, sehr schön. Du siehst auch überhaupt nicht psycho aus, wenn du da am Feuer stehst. Warte, warte, warte. Sehr schön. Okay. Ein... Wir müssen da jetzt fertig bauen. Was brauchst du denn da überhaupt? Eine Kochstelle. Dann lass uns doch mal die Kochstelle mal weiter bauen. Bauen wir weiter. Was brauchen wir denn dafür? Ich kann es blöderweise halt wieder nicht anklicken, weil ich wieder da... Du kannst es nicht mal anklicken. Ich finde das doof. Ich finde das doof, dass man hier diese Recht überhaupt nicht hat, ja. Weil ich kann wirklich nichts benutzen. Die Kochstelle, die du jetzt baust, kann ich nicht mal benutzen. Doch, benutzen könntest du sie wahrscheinlich. Du kannst sie nämlich bauen. Bist du sicher? Ja. Oh, Eisen. Eisen. Ja, das Ding braucht eine ganze Menge Eisen. So, ich muss halt aufpassen, dass ich jetzt nicht zu oft die Shift-Taste drücke. Ich habe sie jetzt einfach mal prompt direkt, nachdem es jetzt im Bio passiert einfach mal abgeschaltet, die Einrastfunktion. Ah. Das kann der Bio ja nach Ende dieser Folge vielleicht auch mal machen. Wäre sinnvoll, ja. Ich gehe einfach mal zu meinem... Ich habe auch noch hinterher gelatscht. Ähm. Ja, ich habe gerade nichts zu tun. Meine Felder... Ach, du hast gerade nichts zu tun. Ach so. Du könntest die Bäume fällen, was ist jetzt in der Fall? Ich fälle keine Bäume. Du fällst keine Bäume. Ich stehe auf die Na... Ich stehe auf Natur, weißt du? Ich mache nicht alles kaputt, so wie du. Ich brauche aber die Bolle nur. Oh, ich habe einen Vogel gehört. Geil. Solange nur nicht das Schwein Willi wieder hier an... Ja, Willi, Willi. Dann muss der hier auch irgendwo rumrennen. So, mein kleines Bergwerk. Bergwerk nennt das das? Das ist links, das ist Taste 3, oder? Mein Iron, oh, ich. Oh, ich. Ich sehe alles. Das ist nur nicht synchron, der Ton. Ja, das ist halt auch ein bisschen mehr, dass der Ton vielleicht zu spät kommt. Ah, ja. Aber man muss halt immer wieder sagen, also wir haben ja jetzt nun schon so einiges gespielt in letzter Zeit. Wir haben halt immer geguckt, ob wir nicht ein neues Let's Play anfangen und haben es dann doch eigentlich praktisch wieder über Bord geworfen. Und zwar war ja auch eins der Projekte gewesen. Können wir es sagen ja, ne? Weil du legst es ja eh nicht hoch. Nur erstmal nicht, nein. Aber können wir es auch ruhig sagen. Vielleicht machen wir das Spiel nochmal. Naja, ich glaube irgendwie nicht. Ähm, da du ja zu faul bist zum hochladen. Ne, das bin ich eigentlich nicht. Und zwar, äh, haben wir... Naja, Adi ist halt hoch. Da müssen wir auch wieder neue Folgen mal langsam aufnehmen. Ähm, ja. Na ja, na bueno, dann sage ich es jetzt nicht. Nein! Dann sagen wir es nicht. Nein, lasst euch überraschen. Nееaa, nüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüss! So, es wird wieder hell, irgendwie wie es aussieht, aber auch nicht. Ja, so ein bisschen, mit dem Mond wahrscheinlich. Aber ich finde das Spiel wirklich hübsch, also kann man immer wieder nur betonen. Doch, es wird wieder hell, weil guck mal, hier an den Bäumen ist schon wieder Sonne zu sehen, obwohl die Sonne hinterher ist auch noch nicht zu sehen. Nee, nee. Aber hier an den Bäumen sieht man schon Sonne, was hier oben so gegenstrahlt. Es wird bestimmt jetzt sehr hell, ja. Ja, so, es soll auch die Performance gerade beim Tagesupdate verbessert worden sein. Das kann sein, weil Tageswechsel war ja schon. Na, ich muss wieder atmen. Naja, ich höre das schon. Wie so ein Rind. Das ist, weil ich so wahnsinnig, weil ich so wahnsinnig viel mit mir rumschleppe, weißt du? Ich bin ja ständig am Schuften, ich schleppe ja Unmengen an mir rum. Ich bin ständig am Schuften. Wie viele Werkzeuge schleppst du mit dir rum? Ähm, ich guck mal nach, äh, eine Angel, dann hab ich angelegt, äh, wo sehe ich denn das, wo waren das, G? Tee. G? Tee, wie T, wie T, Odoa. Ähm, hab ich, äh, meine Schaufel, meine Sichel und mein Messer. Und dann hab ich im Gepäck noch, äh, eine Angel. So, ich hab angelegt eine Schaufel, eine Pickachs und eine Axt. Im Gepäck hab ich dann noch diese komische Schmelzteile, eine Säge, eine Axt, ein Böhm und ein Messer. Dann hab ich noch den Kochtopf, den Mörser, ja. Dann hab ich noch einen Haufen Eisenmeer und Holzkohle. Komm mal her, komm mal her, komm mal her, komm mal her, nur komm. Ja, ich seh's. Ja, komm doch mal gucken. Ich seh's ja von hier aus schon. Komm gucken. Ach so, jetzt leg ich noch mehr, ja, okay. Eben hab ich es mir eh nie gesehen. Wahnsinn, wahnsinnig, wahnsinnig, dass die Flammen nicht überspringen. Aber wie schön auch alt, äh, angeordnet ist. Hast du fein gemacht. Hast du mit Zwiebeln? Ich glaub's schon, ja. Das sind jetzt auch die Zwiebeln. Zwiebeln, das müssen Kartoffeln sein oder so, wa? Hey, das ist Cabbage. Also Kohl. Das sind die Kohl Kartoffeln. Hier haben wir die Berries. Und sind die hier? Wo ich hier stehe? Das sind, ähm, äh, Cabbage müsste das sein, oder? Und daneben? Das weiß ich nicht. Kelle hier? Das könnte auch Kohl sein. Warum legt denn der so zickzack an? Ich weiß das auch nicht. Hört irgendwie so komisch aus. Na ja, sehr klar. Hier sind Bären, ja? Hier Bären, genau. Was ist das hier? Ja, hier ist so ein bisschen Mixmax, äh, Mixmax, äh, Mischmasch von, von, von Bären und Kohl. Okay, gut. Weil ich muss eh, ich muss zum Motten zum Hochofen, weil ich muss das Eisen da drin schmeißen. Na, ich muss jetzt schnell mal Feuer ausmachen, muss ja nicht weiter brennen. Nee, kannst du ausmachen. Exit, äh, Exit in Gisch, oder wie? Exit in Gisch, ja, oder Exit in Geisch. Okay. Exit in Geischer ist auch ein Feuerlöcher. Hm. Englisch zumindest. So, also, meine Ernte wächst hier. Machen wir mal die Firneys auch und schmeißen noch ein bisschen mehr Heisen rein zum Hitzen, zum Heizen. Es heizt alles langsam, aber sicher hier. You can't place it here, warum? Where are they supposed to be? Nee, ach, doch ist zu schwer. Wofür passt nicht mehr rein so viel? Äh, wie krieg ich denn noch rein? So. Ja, ich sag jetzt schon, ich muss mir einen zweiten Hochofen bauen, ne? Ja, ich guck gerade, was ich hier so machen kann. Äh, nix, nix, nix. Könnte mal nach unseren Fallen gucken. Ja, guck nach den Fallen. Ich will wieder nach hinten laufen. Oh, ja. Ja, ich find, ich find, der läuft ein bisschen sehr langsam. Weil du so zu viel angelegt hast, dass du mehr da anlegst, dass du das so ganz einfach rennen. Ja, ne, ich will nicht mehr so auf die Schrifttasen trinken. Ja, aber in der Folge solltest du vielleicht mal das machen. So, was kann ich denn, was krieg ich nochmal alles in der Kiln machen, weißt du das gerade? Ne, mich brauchst du sowas gar nicht mehr fragen. Ja, warte mal, ich kann hier Holzkohle auf jeden Fall machen. Und. Und, und, Glas. Ja, wir brauchen ja auch mal so ein Schmiedeteil, weißt du, so ein Schmiede, äh, an Buss. Ich hab schon ne Tonform dafür, aber ich weiß grad nicht, ob ich das im Dings machen muss, weil man es super nach enden will. Es ist wirklich das ist eines der wenigen Spiele, wo ich wirklich kontinuierlich die Wiki benutze. Ja, musst du, also ich hab's bei Towncraft gemerkt, ähm, sagt das in der Name Towncraft, ja. Da musst du halt als kräften, um irgendwie da weiter voranzukommen. Und, da war ich auch permanent in der Wiki gewesen, weil, irgendwie das eigentlich so funktioniert hat und mit nem logischen Wissen bist du da irgendwie auch nicht mehr weitergekommen und dann... Ja, genau. Okay, es ist auf jeden Fall in der, äh, in dem Hochofen zu machen. Also brauche ich aber Ingots. Come on, Ingots. Das Problem ist, ähm, ich kann zwar jetzt ja hier die Tiere, ähm, also ich könnte mir jetzt noch mehr Fallen hier aufstellen. Es bringt bloß nix, weil ich sie halt nicht zwischenlagern kann und dieses Töten im Inventar bringt irgendwie nicht viel, hab ich mir sagen lassen, also gehört. Hast du hier einen Baum gepflanzt? So. Sieht so aus, denn der Baum ist so klein. Vielleicht wachsen wir mal auch von selbst nach, schon mal daran gedacht. Meinst du? Doch, wirklich. So, ich schätze... Zumindest auf Boden, den man nicht bearbeitet hat, warum wir mal kein, warum wir mal nicht nachwachsen. Find jetzt die Falle hier nicht. Ich würde nämlich gerne auch mal so eine Kiste, so eine Aufbewahrungskiste oder sowas, äh. Ja, das hätte ich auch gerne, dass wir mal unsere Sachen irgendwo mal alle zwischenlagern können immer. Ach, hier ist die Falle. Nöp, ist auch nix. Leider habe ich noch nicht mal die Option dafür, was viel ist denn ich? Jo, warte mal. Carpentry, Construct for Nature, was weiß ich denn da alles drin? Ach doch, hier ist schon ein Chest und eine Crate, genau. Ich könnte theoretisch einen Stuhl machen, ein Table, eine Bench, ja. Ein Simple Bed, eine Chest, ein Crate, ein Barrel und ein Work Bench. Ich würde gerne eine Chest machen. Was ist denn das ganz unten, wenn du eine Rechtskirche machst, da steht Authority. Steht das bei dir auch da? Warte. Warte mal, will ich was machen? Ich kann hier irgendein Monument bauen. Ja, das ist das Gildenmonument. Aha. Auch wenn das mir jetzt nicht anzeigt, aber... Also das ist ein fettes Schwert. Ja, das würde auch noch größer werden, wenn irgendwie... Das kann man da bauen, ne? Ah, auf dem Strand geht das nämlich nicht. Ja, Erekt a Monument. Boah, voll fett. Das ist ein Gildenmonument, damit tust du deine Gildenfläche, sag ich mal, markieren. Aha. Und dann sagst du, was dein Gildengelände ist. Aber da wir hier alleine sind, brauchen wir natürlich keine Gilde, oder? Eigentlich nicht, ne. Ich wollte mal gucken, ob ich hier jetzt nicht auch mal langsam... Aber eigentlich doch, eigentlich könnten wir das machen, weil vielleicht hast du dann auch besser Zugriff auf die Sachen, und musst keine zwei Minuten warten. Ja gut, das hast du ja alles am Strand gebaut. Als kannst du den ja da nicht reinsetzen. Ne, aber das Ding hat eine größere Reichweite, als glaube ich nur so ein kleines bisschen. Na gut, dann... Na gut, das ist zum Beispiel auch so ein Nachteil, man sieht halt nicht, was man dafür braucht, dann, ja? Ja, das sehen wir erst, wenn wir es nur aufgestellt haben. Richtig. So, was ist denn das hier? Ja, ich esse erst mal wieder ein paar Äpfel... Warning, general action was not waste. It is locked. Ja richtig, habe ich gelockt. General actions ist der einzige, das ich aktuell gelockt habe. Glaube ich. Dass der nicht weiter steigt. So, terraforming. Aktuell brauche ich hier nur actions. Keine Reise. Ich mache jetzt mal dieses terraforming. Wofür? Wir können hier mit, ähm... Construction materials... Preparation, ja. Kannst du ab Level 30 kannst du basic clay Objekts machen. Da muss doch ein Haus drin sein jetzt langsam mal. Ich konnte schon relativ früh ein Haus bauen. Deswegen wundert mich das, dass du noch... Ja, ich könnte nur Teeny Check bauen, ja. Teeny Check? Ja, Teeny Check. Das ist eine kleine Hütte, eine kleine Holzhütte. Ja, warum bauen wir die denn nicht? Weiß ich nicht. Na, baue die doch mal bitte. Wo willst du die haben? Äh, irgendwo hier eine Farm hier sollte es irgendwo sein. Wenn du mir jetzt ein Haus bauen willst, das Problem ist... Bio kriegt ein Haus an der Farm, alles klar. Das Problem ist, ich muss flattenen auf jeden Fall. Ja, flattenen müssen wir vorher. Ich kann mir erst mal gucken, wie groß das ist. Warte mal. Ja. Hier oben so. Achso, unten, Zaun. Da sind die Apfelbäume. Wie wärst du mit hier? Ist das okay hier so? Ja, ist okay. Ja, ja, ist okay. Ich muss erst mal gucken, wie groß die ist. Das war irgendwie 3x3 oder 4x4 irgendwie. Ja, ich guck ja genau. Oder 6x6. Ich könnte auch so eine Bodenlampe machen, ne? Ich kann eine Floor-Lamb, eine Weinpresse und zwei Zäune. Wettelfans und Wettelfans diagonal. Ja, das möchte ich hier auch noch haben. Aber erst mal gucken wir nach der Hütte. Ja. Gut, aber Leute, das machen wir dann in der nächsten Folge. Denn die Folge ist zu Ende. Wir bedanken uns wieder fürs Zuge und sagen, ciao, tschüss und... Bis zum nächsten Mal.